Ich war geschockt, ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe diese Klötze auf mich zukommen sehen und gedacht, die sind aus Beton. Und das ist jetzt das Ende. Und diesen Schock sehen wir jetzt. Es ist also alles in Ordnung mit ihm. Und schauen Sie, was passiert jetzt. Da kommt er auf den Randstein beim Anbremsen. Und schlägt durch die Däune. Diese leichten Styropor-Dinge, die jeder von uns einfach so wegheben kann, die schlagen die Aufhängung weg. Da sieht man einfach, was für eine Wucht da ist, wenn man da mit über 200 reinfällt. Jetzt öffnet man ihm da den Anzug, nimmt endlich den Helm ab.